Ich trau mich nicht. Du würdest ja gerne sichtbar sein mit deinen Produkten, deine Dienstleistungen. Vielleicht bist du Coach, Berater oder hast ganz tolle Produkte, die du mit Videos sichtbar machen wollen würdest und dabei selber vor die Kamera gehen wollen würdest. Aber du sagst, ich trau mich nicht. Oder du sagst, ja, ja, ich trau mich schon, aber ich hab einfach keine Ideen. Weißt du, was die beste Idee ist? Anfangen. Ich hab neulich für ein Unternehmen Kameratraining gegeben und die letzte halbe Stunde haben sich alle hingesetzt und wir haben darüber diskutiert, wie man Content erstellen kann. Und dann haben sie angefangen, eine Struktur aufzubauen und wir müssen dies, wir müssen das und müssen darüber nachdenken und hier könnten wir ja das. Und dann hab ich gesagt, wisst ihr, was ihr machen müsst? Anfangen. Einfach nur machen. Macht euch eine Notiz auf bei euch im Handy und jedes Mal, wenn ihr eine Idee habt für ein Problem, zu dem ihr eine Lösung habt, dann schreibt ihr das sofort auf. Und irgendwann, wenn ihr gut drauf seid, wenn ihr sagt, oh, jetzt könnte ich mal kurz drehen, dann stellt das Handy hin mit einem Stativ, Mikrofon immer dabei haben und so, dass ihr gut von vorne beleuchtet werdet und dreht einfach. Machen, machen, machen. Beständigkeit im Posten ist das Gold für jeden Algorithmus, egal ob LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, wo auch immer. Wenn die Plattform merkt, du postest viel, dann streut sie dich an alle, die es interessieren könnte, was du für Produkte, Dienstleistungen oder Beratungen anzubieten hast. Machen, machen, machen. Und jetzt leg das Handy weg und leg los. Dreh dein erstes Video. Welches Problem kannst du lösen? 30 Sekunden darfst du dir dafür Zeit nehmen. Und wenn dir das gefallen hat, dann folg mir gerne oder tipp mal zweimal auf die Stirn.